Herzlich willkommen bei Autohaus Wismann. Sie sehen hier einen sofort lieferbaren Grand C-Max Titanium Diesel mit der 1,6 Liter 85 kW bzw. 115 PS Maschine. Die Komfortausstattung umfasst vier elektrische Fensterheber, eine automatische Klimaanlage, abgedunkelte Scheiben hinten, die Frontscheibe heizbar, Sitzheizung, elektrisch verstellbare und anklappbare Außenspiegel, Sonnenrollos hinten, eine elektrisch öffnende und schliessende Heckklappe, die Mittelkonsole Premium mit 220 Volt Anschluss, Dachreelingssilber und abgedunkelte Scheiben hinten. Für ihre Sicherheit stehen ESP und ABS parat, 16 Zoll Leichtmetallfelgen, Tagfahrlicht, die elektrische Kindersicherung an den Türen, ein Parkpilot vorne und hinten, Nebellampen vorne und der Regensensor. Zu ihrer Unterhaltung verfügt dieser Grand C-Max über ein Sony-Radio mit USB- und AUX-Anschluss sowie eine Bluetooth-Freisprechanlage, mit der Sie drahtlos telefonieren können, ohne Ihr Handy aus der Tasche zu nehmen. Besuchen Sie uns in Kirchheim-Bohlanden, gerne auch Samstags bis 17.30 Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020